ja genau bei mir ist mittlerweile maux nach echt ich bin das muss ich kommen jetzt war es ein fail ist mir den nicht gedroppt wäre schneller draus gewesen dann mach du zwei holz nein das nehme ich das nehme ich das nehme ich mach du werkbank so ab weiter scharf töten und zenox ist tot restart einfach weiter und tiere töten aber er selber legt nicht perfekt ja so muss das recht auch mal schafe sein wo ich bin ich gebe dir essen geht noch weil du brauchst kannst du schmeißen ja ich erst mal einmal allerdings ja mein ich ja ich meine ja sorry alles gut pet hat ein kill aber oh dragolex ist glaube ich auch ein teil teil der admin crew lassen wir einfach hier die türe holen hier ist ziemlich safe gerade ja das ding ist da geil der ist der packt ihr das essen auch immer wieder hoch ja stimmt ich mag ich auch gerade wie der titan ja ok das ist nochmal immer bei titan ja zumindest bei titan 3 soweit hab ich noch geguckt wo bist du ah da ok ja dann soll ich da überhaupt nutzen sie überhaupt zu essen dann ja weil irgendwann kannst du dann trotzdem nicht sprinten weil das einmal richtig doof backt ja also wenn es geht es immer mal so ein fleisch einfach so safety first boah hier ist ja echt keine sau ne da ist zuckerrohr ich wollte es gut ja das ist auch gerade hier 3 perfekt brauchen wir noch leder ja aber 3 zuckerrohr ist nicht ganz so geil ne ja im notfall anbauen halt oh randy da links sind noch scharbeine warte ich folge da jetzt lagts bisschen ah nur ganz bisschen ja wenn du willst wir können auch versuchen fight zu haben ne also mir ist das relativ egal eigentlich wenn wir jetzt leute sind die halt schlechter sind weil ich hab halt keine lust zu sterben also der scoreboard stehst du gerade da hinten ganz hinten bei den bäumen dann schlafen wir mal hoch ok also hier rechts auch noch ok hier sind viele hühner noch ja was haben wir alles mitnehmen lass mal gleich steinig weiter machen ok willst du dann machen naja so ich fuß noch einmal da hinten ganz hinten bei den bäumen dann schnell holz holen du ich baue alles ab und alles und du ich pass auf du passt einfach auf dass da keinen namen kommt safety jo du kannst aber auch die tiere töten ja genau ich kill das schwein da oben mal also schwein kill ich auf jeden fall also top spieler ist da noch nicht bekannt aber ok der scoreboard packt einfach das scoreboard packt siehst du recht die zeit ist ja auch noch bei 15 aber weil sie nochmal automatisch gekickt wird also bei dir ist keiner außer ich jetzt nicht ok jetzt kann ich nicht fooden ah ok jetzt gehts ah jetzt jetzt gehts jetzt gehts guck hier ist keiner wo bist du hier lass dir die kühe oben auf dem berg holen ja ich hab nice ok ah ne hier auf der fläche lass die hier holen da oben will ich jetzt nicht ja ja das ist natürlich gut denn da gute gegner sind dann können wir die nicht schön runter knocken aber sonst ahja ich nehme die anderen crew oh da hinten noch richtig viele naja oh Pat ist tot oh nein sehr gut die wollten ja auf ähm kill skin also von daher denke ich dass es für ihn ok ist creep ist auch tot du machst dir viel zu viele gedanken während dem projekt lass die leute da einfach spielen das stimmt irgendwie brauche dich doch nicht zu interessieren ob die das so gewollt haben oder nicht ich fühle mit ihnen ich fühle mit ihnen früher in den projekten wo ich noch richtig wo es mir richtig wichtig war und mich dann eingebaut haben am Anfang weiss nicht also ich hätte trotzdem irgendwie schon lust so ein fight zu haben ja jetzt schon ja mir ist halt saulang weil ich habe bis jetzt noch keinen gesehen ja vielleicht sind auch den letzten luka und so in die mitte gelaufen oder so und die haben ich durfte keine ahnung will ich nicht testen ja das ist ein fakt aber ein bisschen ab grad ja man weiß nicht ob man essen muss oder nicht eins was gut ist wir wissen dass wir essen oh hier war auf jeden fall jemand das war ich nicht genau die Leute habe ich gerade da unten links in den Namen gesehen pass auf im Wald ne mhm ich gerüste auch meinen steinschwert also ich habe das schon ausgerissen ich habe das extra für das holzschwert benutzen der ability bei steinschwert hat eigentlich relativ viel ja bei uns sind es noch mehr Kühe na ok ok jetzt lag es ein bisschen aber keine mega lag also von daher ja passt schon ich bin noch oben auf den Bäumen so stark als wäre jemand anders ne ne ja oh da ist wieder eine neue Kugel gespawnt die erste also hinter uns schon mal keiner ist ganz gut reloge reloge führt zu strike ok oh Gamer hat einen kill ok das heißt der ist wahrscheinlich doch nicht hier oh die haben die zwei Minuten lang hinterher gerannt und deswegen sind sie nicht bei uns ach ich bin noch nicht oben wir gehen aber auf der anderen Seite ne wir sind gerade ja äh wo bist du ah da links ok das ist zugeraut deswegen ah jetzt nächst ja denkst du SlashVT bringt gerade an Ben Elmau ok was ist jetzt los keine ahnung weil der gestorben ist oder so Ben ist glaube ich tot Elmau schreibt doch Joel ja hier oben sind noch Tiere ah ok ja sieht eigentlich ganz gut aus ne hm 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 Die fühlen mich irgendwie so unprodukt wenn ich fast nix mache aus wie die vonselaher zu rennen ein paar Tiere zu stehen wohlwenn wir mal kurz SlashVT machen um zu schauen ob es das bringt bei dem Scoreboard weil das ist ja nicht wirklich genau drin Nee. Keinen Teil mehr gefunden. Ja, okay. So, da links noch ne. Ich hab schon 7 Leder. Ich hab 14. Okay. Ich hab nochmal gefooted. Also die Tiere sind hier echt unmaß. Ja, das ist ganz gut. Ich hol links ne Schaf. Weil ich hab den Kuh gar nicht gesehen. Und da ist auch ne Kuh im Baum. Lol. So. Da oben bist du okay. Abgefootet. Toll, sind wir am spawnen. Kann gut sein. Oh, zumindest sehr in der Nähe. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Oh ja, ich hab mein Wurst. Ich wusste wieder mein Stein. Ganzes gucken, ob der hier ist. Ja. Das sieht nicht so aus. Oh, warte ich muss. Wollen wir kurz zur Kisten schauen, ob da schon gelootet ist? Safe. Ich guck mich. Ich guck mich um. Ist das drin? Ist das drin? Ist ne Holzachs noch drin gewesen. Okay. Okay. Ja, ich hab Dirt Glück. Können nicht schaden, falls ihr wegrennt ist. Sieht's? Ja, sieht aber nicht so aus, das wäre jemand. Pilze. Nämlich jetzt nicht. Oh, ach so bist du okay. Hab mich schon erschrocken. Warte, da ist noch was. Oh, hier ist ein Werkbank drin, lol. Und Essen. Und noch Dirt. Oh Gott, bin ich auch angespannt. Ja. Ich wurde. So, ich mach mir mal das Dirt rein, da ich, falls ihr wegrennen müssen, Blöcke hinter uns placeen kann oder so. Ey, wie das Backen im Essen ist schon nervig. Da unten sind noch Schweine hier unten, wollen wir die holen oder eher nicht? Ja, lass erstmal ein bisschen weiter, ich will eigentlich nicht am spawnen bleiben. Ja, das stimmt. Mann, schade ist das. Ich hätte ja einen Knopf gemacht. Ja, siehst grad. Es sind dann die, die first plat wurden, lol. Okay, wurde ein Baum abgebaut. Ja, komplett verkraftet. Ja, aber 30 Sekunden hat man dann mal trotzdem Zeit, um es schwer zu machen, also. Ja, selbst die Noobs wie ich bekommst dann hin. Das wollte ich jetzt nicht sagen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, ich weiß. Mach ich öfters. Alter Junge, aber die Map ist ja, kommt nicht mehr Fichtenwald, ne? Mhm. Na, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann auch noch ein Sumpf oder so. Ja. Hinter uns sitzt niemand. Gibt's, ist da vielleicht auch nicht so schlecht, gibt's vielleicht nicht so viel Zuckerrohr, da hat auch niemand so krase OP-Rüstung. Ja, das stimmt. Dann sind sie da, falls sie mir auch Skill ankommen oder so. Wie man sagt. Ah, ne, da vorne ist normales Biom. Okay. Okay, da ist nun sogar ein... Okay, war auf jeden Fall jemand. Aber echt, wir sehen ja niemanden hier. Ist halt schon so. Weißt du, ich hab auch gar nicht gedacht, ob sie schon am Spawn sind. Ah, fünf Minuten hat... Warum haben wir keine fünf Minuten mehr? Ja, der ist nur grad geläftet. Also. Also. Oder bei uns leckt's. Ja. Ja. Da unten war jemand. Da unten habe ich jetzt selbst diesmal angesehen. Ah, ich seh's auch. Warte, wer ist das? Ähm, Sesamzock. Weißt du, wer das ist? Kennst du den? Keine Ahnung. Wir hören sich jetzt aber nicht so competitive an. Mhm. Ich glaub, die sind hier in die Höhle rein. Sollen wir da rein? Ja, lass mal rein. Ja, da ist er. Der hat Eisenbrust. Aber ja, ist Solo. Komm, komm, komm. Ich bin da. Oh, hat mich gesehen, hat mich gesehen, hat mich gesehen. Ja, ich... Wollen wir mal Fuden? Und dann... Also voll Fuden halt. Mir fehlt ein Herz gerade. Digga, die sind so stacked der wie wir, ne? Wollen wir's einfach probieren? No, it's no fun. Ja, ist jetzt... Ist jetzt egal. Die kommen. Keine Ahnung. Ja, können wir mal... Ja, moin. Okay. Wollen wir's einfach probieren? Lass was auch, lass was auch, lass was auch. Komm, 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 komm. Okay, okay. Ja, ja. Ich komm. Okay, jetzt kommen die natürlich. Let's play is at third, wenn's geht, damit du keine Freeds kassierst. Ja, ich bin... Die gehen wieder zurück in ihre Höhle. Die wollen sich voll Iron machen, dann auf uns handen wahrscheinlich. Also ich hab... Ja, okay. Okay, ist gut. Dann lass gesneakt zu den runter gehen. Also meinst du runter bauen von hier aus? Nein, nein. Einfach komplett gesneakt bleiben. Ich hätt fast Fallschaden bekommen. Das Ding ist, wenn man ges... Ja, das ist jetzt im... Ja, das ist jetzt im Wasser... Ja, das ist jetzt im Wasser ein bisschen doof, aber... Ich bin jetzt hier unten, ne? Ja, ich auch. Ich auch. Wenn die hier um die Ecke gesneaken würden, können wir die halt richtig gut überraschen. Man ist einfach gesneakt dahinter gehen. YOLO. Das ist jetzt echt geil, wenn wir die bekommen würden. Wir sind safe, aber ich glaub einer von uns wird dabei sterben, weil die so gute Rüstung haben. Wir müssten halt echt Kombos auf... Ja, wir müssen hoffen, dass da einer von denen mal Solo ist. Ja. Aber jetzt werden die saften ja splitten, weil die denken, die wissen nicht wo wir sind. Komm. Ob. Oh, leck. Okay. Okay, drei Minuten alle noch. Oh, die haben halt echt so eine krasse Höhle. Aber wenn wir die killen würden, hätten ja direkt guten Stuff. Also, geh nicht um die Ecke, geh nicht um die Ecke. Wir warten bis da einer runterkommt und ein Solo ist. Okay. Wir warten halt generell, ob die Solo mal gleich sind wieder. Geh einfach mir nach, okay? Geh einfach mir nach. Oh, Digga, die hauen so weit ab, Junge. Ich glaub, die sind wieder an der Oberfläche. Siehst du noch deren Namen? Ja, ja, oben. Du musst nach oben finden. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Jetzt auch. Ich hab noch nie so eine spannende Folge. Ja, die sind an der Oberfläche, kannst du auch. Ah, es liegt wieder. Bau dich hier hoch. Okay. Ich baue über mir. Wir haben jetzt dezente Arschkarte, wenn wir im Wasser rauskommen. Komm, hier. Genau. Ich bin unten im Wald. Ja, ich auch. Okay, es liegt wieder. Komm. Nee, die sind riesen weggerannt. Die sind weggerannt. Das ist gut. Äh, links ein Enderman. Nee, nee, nee. Okay, nee. Dann kriegen wir auch unnötig Damage. Ich wurde. Oh, mein Holzfeld ist auch fast kaputt. Links ein Skelette. Die sollten wir weggehen. Oh, da sind drei Endermans. Also wir müssen jetzt echt auf. Wo sind die hin? Keine Ahnung. Wir haben halt noch einen IQ. Hinter uns sehe ich die jetzt nicht. Ich checke halt einfach nicht, warum die in der Höhle nicht auf uns raufgegangen sind. Ist so. Der hätte sogar alleine vielleicht eine Chance gehabt. Wir sind halt nur Armor gewesen. Wie der da mit der Brüstenhose vor uns stand. Der hat so gute gehabt. Hätte er uns eigentlich bekommen. Also werdet ihr da angegriffen. Hätte er wahrscheinlich nicht mal schlechte Chancen gehabt. Mhm. Die sind in die Richtung, wo wir halt gerade rennen. Aber ich weiß nicht, warum die sich verpissen. Vielleicht sind sie da unten. Weil unten wird gebaut. Mh. Mh. Und dann Blumen. Ah. Oh Leute. Ich habe wieder Damage bekommen. Gute. Da laufen Zombien in die Richtung an. Ja. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Keine Ahnung. Wäre die irgendwie gern gefeiert. So. Wenn die, wenn einer von den Solo gewesen wäre. Aber ich hecke halt nicht, warum die. Die sind halt direkt weggegangen. Ja. Finde ich ein bisschen pussyhaft. Voll mit dem IQ halt aber. Ist ja. Bärenentscheider. Ah. Ja. Keine Ahnung. War die Folge jetzt halt nur produktiv. Ne? Ja. Bisschen Food. Und bisschen Zuckerrahmen. Bisschen müssen halt. Vielleicht baue ich was. Bauen wir was an. Aber krass wie schnell die meinen gegangen sind. Schon so. Die wollten doch gleich safety first spielen. Ich hab nicht mehr so viel Food mittlerweile. Äh. Hier. Danke. Ach. Schade Schokolade. Und jetzt so ein Gegner ist zu nah um das Spiel zu betreten. Ne verloren. Warum eigentlich Rejoin? Oh. Snowballs erlaubt. Vielleicht sind die auch hier. Wie Snowballs erlaubt? Ah. Das ist jemand gefragt oder was? Er hat grad irgendein Jahr geschrieben. Okay. Ja. Keine Ahnung. Muss ich runter gehen? Okay. Gut. Alle lieben. Okay. Ja. Okay. Das war's dann mit der Folge. Bis dann. Tschau. Tschüss. Tschau.